Willkommen zu einer neuen Spielanalyse hier im FCS-Blog mit mir, Carsten Pilger. Und dieses Video kann ich noch nicht sofort mit dem Spiel beginnen, denn erstmal muss die Vorbemerkung sein, dass diese Art von Auseinandersetzung, die wir hier führen, ob Kritik, ob keine Kritik, wie wir ein Spiel betrachten, das wirkt alles ziemlich banal, wenn wir mit einem Krieg mitten in Europa konfrontiert sind. Deswegen will ich einmal zu Beginn Danke sagen an die Kurve, die heute im Olympiastadion in München sich gegen diesen Krieg positioniert hat. Das zeigt nochmal, wie wichtig einfach auch ein gesellschaftspolitisches Engagement einer Kurve ist, eines Fußballvereins ist und zusammen mit diesem Statement, das die Virage Est veröffentlicht hat zu ihrer Rückkehr ins Stadion. Und jetzt spannen wir auch nochmal kurz den Bogen zum letzten Video, zu den letzten Beiträgen hier im Blog. Es ist sehr wichtig für die Kurve, dass da auch Leute mit Haltung stehen, Leute, für die Fußball auch eine Art Kultur ist, die wir vertreten nach außen hin, als eine integrative Kultur, eine, die sagt, wir verbinden Völker, wir schließen einander nicht aus, umso besser finde ich, dass die Virage zurück ist. Und das Statement ist auch eins, von dem könnte sich vielleicht der Präsident des 1. FC Saarbrücken, Hartmut Ostermann, eine Scheibe abschneiden. Sein Interview in der Saarbrücker Zeitung war dann doch eher verunglückt. Und es bedarf keiner prophylaktischen Statements, keiner vorbeugenden Statements mehr, wenn das Problem längst da ist und bearbeitet werden muss. So viel dazu. Kommen wir jetzt aber zum Sportlichen. Und das ist von vielen ganz kuriosen Begleitumständen beeinflusst. Auch diesmal der 1. FC Saarbrücken spielt bei einem Verein, Türkgücü München, der vor Saisonbeginn vielleicht noch eine Art Aufstiegsfavorit war, weil man so dachte, da steckt viel Geld drin. Die wollen angreifen, die haben starke Spieler wie Sararäer, wie Poirier inzwischen. Und das Problem, was eingetreten ist, ist eines von vielen Investorenvereinen. Irgendwann merkt der Investor, ich stecke da zwar viel Geld rein, aber es kommt relativ wenig raus. Und das ist auch eine Erfahrung, die nicht nur beschränkt ist auf Vereine wie Uerdingen, wie München. Das sieht man auch im ganz hohen Profibereich, etwa bei Hertha BSC, wo Lars Windhorst quasi mehr oder weniger sein Geld in Millionen, hundertfacher Millionenhöhe verbrannt hat. Vielleicht wäre es auch mal da so ein wenig an der Zeit für Investoren, sich vorher zu überlegen, wie denn der Businessplan aussieht. Und bei manchen habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es auch eher Zufall war, dass die überhaupt zu Geld gekommen sind. Erstes kurioses Vorzeichen, wir wissen gar nicht, ob dieses Spiel in der Wertung bleiben wird. Gut für uns, dass es 5 zu 1 ausgegangen ist. Und bemerkenswert auch, dass es in dieser Höhe ausgefallen ist, denn der 1. FC Saarbrücken musste die wahrscheinlich radikalsten Umstellungen der bisherigen Saison vornehmen. Denn Mario Müller und vor allem Daniel Batz sind Corona-bedingt ausgefallen. Hinzu kommen die inzwischen fast schon Dauerverletzten, Adriano Grimaldi und Luca Kerber, die diesem Spiel fehlen. Dann noch der schmerzhafte Ausfall von Dominic Ernst. Eine ganz wichtige Achse war nicht zur Verfügung. Steven Zellner dann wohl auch nur angeschlagen und auf der Bank. Jetzt will ich nicht mehr die Aufstellung runterbeten, aber das ist schon bemerkenswert. Denn der dritte Torhüter Jonas Hupe, der musste ins Tor. Marcel John fehlte ja auch. Und in der Abwehr kam Dominic Becker zu seinem Startelf-Debüt. Wurde ja in der Winterpause ausgeliehen von Werder Bremen. Ganz kuriose Situation. Und vorne drin hatte man dann eher schon fast Luxusprobleme, sag ich mal. Und konnte da ohne Grimaldi natürlich aus dem Vollen schöpfen. Da hatte man in der Startelf die Reihe hinter der Sturmspitze mit Scheu, Günter Schmidt und Jalen Hawkins vorne drin. Sebi Jakob. Auch nicht Leute, die in letzter Zeit ohne Kritik waren. Und zu Beginn an dachte man vielleicht, das geht auch schnell nach hinten los. Turgücü war nach vorne sehr aktiv, sehr stark. Der FCS stand da etwas tiefer und hat den Gegner erst mal kommen lassen. Zu Beginn hat dann auch Jonas Hupe zweimal retten müssen. Einmal hat Dave Gnase dann nach einem Eckball geklärt. Jonas Hupe muss man heute hinzu sagen. Solides Spiel als dritter Mann. Der hat eben nicht die Erfahrung eines Daniel Batz. Und hat dann auch die ein oder andere Schwäche oder falsche Einschätzung beim Herauslaufen gezeigt. Wir sollten froh sein, dass das heute gut ausgegangen ist. Und auch trotz Unsicherheiten sagen, das muss man einem jungen Mann in dieser Phase seiner Karriere einfach mal zugestehen. Nach zwölf Minuten dann aber Schockmoment für den 1. FC Saarbrücken. Kavejner kann relativ unbedrängt von der Strafraumkante abziehen. Da wird irgendwie keiner gestört. Da steht auch die Abwehr etwas seltsam gestaffelt. Lässt so eine Art Trichter zu. Zentral auf das Tor. Und da geht der Ball dann mit gutem Schwung ins Netz. Und in der Folge versucht der 1. FC Saarbrücken mehr ins Spiel zu investieren. Und vor allem auf Schnelligkeit zu setzen. Schnelligkeit hat man vor allem durch Jalen Hawkins. Der wurde immer wieder gesucht. Aber auch Robin Scheu. Der ja Höhen und Tiefen in dieser Saison hatte. Wahrscheinlich werden viele sagen mehr Tiefen. Aber dieses Mal hat er viel Laufeinsatz gezeigt. Hat auch um Bälle gekämpft. Und gerade über die Außen hat der 1. FC Saarbrücken dann doch die Hintermannschaft von Tök Gücü gut durcheinandergewirbelt. In der 21. Minute dann auch wieder eine Situation, die über Hawkins läuft. Er spielt dann in der Mitte Robin Scheu an. Der will wahrscheinlich den Ball aufs Tor hauen. Haut drüber. Dadurch wird es aber zu einer unfassbar guten Gelegenheit für Sibi Jakob. Der haut den Ball rein. 1 zu 1. Keine 5 Minuten später. Dann über die Scheuseite eingeleitet. Eine Flanke auf Sibi Jakob. Die kann er zum freistehenden Hawkins verlängern. Und der zieht einfach von der Strafraumkante ab. Wembley-Tor. Ball war natürlich klar drin. 2 zu 1 Spiel gedreht. Und was dann leider passiert ist, dass Hawkins sich verletzt. Der zu diesem Zeitpunkt vielleicht bester Saarbrücke auf dem Spielfeld ist. Gute Besserung. Und für ihn kommt Minos Guras rein, der ja zuletzt in der Kritik war. Er wäre mit dem Kopf nicht mehr so ganz beim 1. FC Saarbrücken. Wir wissen ja, dass sein Berater Verlängerungsgespräche ablehnt. Und er sehr wahrscheinlich den Verein verlassen wird. Spannend ist, dass auch Guras ein schneller Spieler ist. Aber da würde mich auch mal eure Meinung interessieren. Das sage ich ja normal am Ende des Videos. Aber ich sage es jetzt mal. Ich glaube, der Unterschied zwischen Hawkins und Guras ist, dass Hawkins seine Schnelligkeit auch am Ball entwickeln kann. Und Guras dann doch eher die Schnelligkeit aufnimmt, wenn er lang geschickt wird. Ist nur eine vorläufige Beobachtung von mir. Würde mich mal interessieren, wie ihr das seht. Auf jeden Fall geht es mit der Führung in die Halbzeit auch, weil Türkgücü Eintreffer aberkannt wird aufgrund einer klaren Abseitsstellung. Kurz vorher noch einmal eine kleine Schrecksekunde, weil der Hupe sich beim Herauslaufen kurz verschätzt. Aber das hatten wir schon. In der zweiten Halbzeit geht es weiter wie ab Mitte der ersten Halbzeit. Der FCS kann vor allem über das Tempo das Spiel bestimmen. Also sobald man in eigenem Ballbesitz auf halb linker, halb rechter Position ist, kann man wirklich bis an die Grundlinie durchgehen. Und es fallen noch drei weitere Treffer in dieser Halbzeit. Julian Günther Schmitz, Sebi Jakob nochmal und der eingewechselte Justin Steinkötter. Nach einem schönen Doppelpass übrigens mit Minos Guras, der da sehr uneigennützig agiert hat. Am Ende ein sehr verdientes 5 zu 1 für den 1. FC Saarbrücken. Angesichts dieser Personallage nicht selbstverständlich. Umso schöner, dass nach diesem Spiel die Beobachtung bleibt, dass man zum einen auch gegen Gegner durchaus Angriffsstrategien entwickeln kann, ohne immer nur hoch und weit zu spielen. Das heute war so ein Fall, da hat man durchaus die Gegner auch mit dem Ball überspielen können, ohne viele Passwege oder auch dann vielleicht mit einem Doppelpass und durchgehen. Man hat da die Räume gut besetzt. Man hat vorne sehr variabel gespielt. Und vor allem das Zusammenspiel von Günther Schmitz und Jakob und Hawkins, das hat doch sehr, sehr gefallen. Und ich hoffe, damit ist jetzt fürs Erste aus sportlicher Sicht klar, dass diese Mannschaft sicher noch Bock hat, dass diese Mannschaft durchaus sich mal eine Schwächephase erlauben darf. Denn man steht ganz gut in der Tabelle da, sehr gut für einen Aufsteiger im zweiten Jahr. Und ich persönlich habe nicht den Eindruck, dass man bereit ist für einen Aufstieg in dieser Saison. Man holt aber schon sehr, sehr viel aus dem heraus, was man eben auf den Platz bringen kann. Das war es für dieses Video. Ich habe ja in einem der letzten Videos noch angekündigt, es wird bald wieder eine Verlosung geben. Das habe ich aus persönlichen Gründen, privaten Gründen. Die letzte Woche war sehr anstrengend. Auch ihr wisst ja, ich arbeite im echten Leben als Nachrichtenautor für einen großen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und da war ich eben sehr eingespannt. Aber ich will jetzt euch einfach nicht da was versprochen haben, was ich nicht einlöse. Also wird es dieses Buch, das habe ich auch selber geschrieben, Fußballfibel 1. FC Saarbrücken, bald in der Verlosung im Blog geben. Schaut einfach bei Facebook und bei Instagram rein. Da wird diese Woche ein Posting erscheinen. Da steht drin, wie ihr mitmachen könnt. Und dann gibt es wieder ein signiertes Exemplar davon. Und wenn ihr Pech habt, gibt es natürlich auch im Handel zu kommen für 12,99 Euro bei Kulturcon im Verlag. Da gibt es auch viele andere Fußballfiblen zu anderen tollen und auch manchmal nicht so tollen Vereinen. Der Tollste ist natürlich auch da bei der 1. FC Saarbrücken. Das war es. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald. Wir sehen uns im nächsten Video.